also ich hab dich mit einem Treffer fast getötet ja ich hatte auch kein HP wenn du mal genau hingeguckt hast ja ich weiß aber ich hab deinen Schild sofort weggeschlafen so und jetzt gehen wir schon wieder raus warum? weil wir die Arena-Quest machen jetzt seid ihr wenigstens schonmal hier jetzt müsst ihr den ganzen Weg nicht hierher laufen geht schneller ja ok das ist ein Argument das kann man wirklich machen wenn ihr am Anfang steht oder sowas man muss wirklich ganz Arsch der Welt ich kann einfach schonmal loslaufen und schonmal porten, geht doch fix ja das geht weißt du weil der Land funktioniert nicht mehr nicht dein Ernst, oder? ja, wollen wir jetzt hm ja, haben wir schon aber wir können DLCs machen, passiert ja dann nicht Alter, seid ein, seid scheiße programmiert oder wie? hm hm, was mit DLCs? DLCs sind also scheiße programmiert oder wie? äh, allem Anscheiner schon, ich gebe dir immer Fehlermeldungen müssen wir auf jeden Fall auch noch spielen, dann ja, auf jeden Fall grad mit Moxie würde ich nicht so sagen ich hab's nicht schon mal ein einziges Arena-Quest ist das, wenn ich, mit verschiedenen Extras das doch, tut mir doch voll leid, leide so hoch in die Arena des Todes äh, ich noch schneller also ich sag mal, ich renn echt schneller, kann das sein? ja man ja das ist geil ja man, das ist geil ja man, das schnellste kann aber immer noch eher rennen hier wuuhu wir sollten unsere AP nochmal voll machen ja ich hab's eben noch gemeint, kauf durch Mediampul na morgen wir doch gerade dabei Schwempchon ist in use, das gibt's denn noch ja, ich mach was Schläge des Berserkas bewirken, dass du noch vor ach so, noch schneller nieder hin ja, ich weiß feinde, toll das hört mich so an, Alter und die ganzen A da und mein Ausschnitt erst, Mann, Alter hm komm her, Mann, sieht ja keiner ja, der ist erst noch nicht da jetzt musst du machen, nicht ich warte, warte, warte oh, oh, shit, schnell, shit ey komm, shit, schnell weg haha wie er schreit ja, hallo das ist ne hübsche Frau Alter, ich geh jetzt, ich geh jetzt umboxen ich stacke kann das ich treff keinen einzigen, ohne Wens ich stacke irgendwo jetzt hab ich an ihn getraut Mann, what the fuck ich bin tot what the fuck was ist der denn? ich stehe die sind spitze auf Milch die haben gesehen, was du mit mir gemacht hast das wollen sie jetzt auch machen tot ha das ist ein fetter kann sein, dass das ein bisschen umbacken liegt und das ist ein bisschen steck ja, eindeutig packt das natürlich packt das rum hallo so verfolgt überhaupt mich ich bin verdammter Sniper ist dem war scheißegal los Vogel, töt los Flüschfäuste ja, wenn der durch mein Vogel eingezogen wird kriegt der übelsten Schaden der haut mich schon wieder ich kann die Viecher natürlich wegsniper wir rennen so schnell der Sniper ist definitiv gegen Menschen besser ich kann doch nicht zählen, wenn hier alles so wackelt wie der am schreien ist das ist aber irgendwie leicht, kann das sein ja klar da merkst du mal den Levelunterschied ja man, ne Epic Schottie bla bla was hab ich bekommen, was hab ich bekommen, was hab ich bekommen ihr werdet alle ne Schottie bekommen, am Englischmach ne ja, aber ne Grüne scheiß Pistole bekommen, die keinen Elementarschaden macht ooooooh ich hab irgendwie was grünes bekommen, was kacke ist das ist ja kleine Putze, man traurig so, was machen wir jetzt Sledge's Artefakt wir könnten mal Sledge umkloppen jetzt ja, das mal machen mal eben Sledge umkloppen mhm ja, Zutritt schafft man Tom ist doch hier der Oberpro, der schafft das ja, klar ich snap den weg, man ich snap den mit einem Headshot dann explodiert sein Kopf vor Überraschung und er ist tot dann bitte dieses CS einspielen lassen hier, booh Headshot dann passt das auf ihn nicht, ne ok fahr weg, fahr weg, man was tut denn ich bin, ich bin schon wohin gefahren wisst ihr überhaupt, wo ist das Sledge-G? äh, das ist nicht egal wir können auch andere Quests machen, theoretisch ja ne, das ist jetzt die Erde, das ist jetzt die Quests für die Story guck mal es gibt noch andere Quests, klar, was haben wir denn noch? wer denn denn? wir haben noch die mit der Sniper ist irgendwie ein bisschen bugt, soweit ich weiß die machst du, dann kannst du das immer wieder machen also, eine wiederholbare, oder so wie es aussieht ne Daily ach ne, die ist für'n Arsch, wir machen einfach jetzt Sledge-G? wir haben wohl immer wieder eine Quests verfahren es packt irgendwie rum, wenn die Rakete einen trifft die Welt verzerrt, oben kreis bei der G? hallo komm, hol das, lass doch raus Alter, haben wir aufhören, auf den Boden zu schießen, ich will das, ich hasse das das mach ich bei dem immer, da tickt der immer aus ich hab ihn abgeknallt, nicht den Boden das darf ich so lange ich Schwammschwamm treffe Junge, du bist raus und du wurdest lahm ich hab dich getroffen, Junge jetzt kriegen wir jetzt mal so auf die Fresse egal das passt schon irgendwie ja, ja, das passt, easy, easy, Modo easy Modo das ist ja Level 16, ey er sagt nur Level 16 warte ich das ist ja tatsächlich wenn ich die Header, dann lass mal sehen, was Skill ist, man pass auf er läuft amok das ist Skill und down ich treff die Viecher nicht Sniper verzieht L2P die noch ist nichts vorbei ich lebe sag mal ich hätt' mir vielleicht Mutli kaufen sollen das ist ein Automat ja, muss man Automat finden alter wixer wo, wo, wo der Automat ist recht in dem Haus da drin ja genau, wo, 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 wo vielleicht kann ich doch auch meinen Maximum endlich ausschauen Ich glaub, ich skill echt im zweiten Speck irgendwie, wenn wir das zweite Mal durchspielen. Irgendwie skill ich echt den Teff, den Death-Speck, ohne nütz. Das ist ne geile Kombi, du mobst so 2 oder machst das irgendwie wieder Death-Speck. Puh, was blaues, hell. Longbow, kann es sein, dass das irgendwie ne Sniper ist? Ne, ne, Longbow ist ein Granaten-Moss. Könnte auch ne Anekdote auf meinen Penis sein, aber... Das heißt wohl eher mich. Alter. Und nicht Longbow. Du und deine Riesenschwengel. Musst dich immer angeben. Das kann man nicht mal Riesenschwengel nennen. Dieser kleine Kampfstachel da. Du hast angefangen. So, ähm... Bang, Headshot! Wobei auch nicht. Nein! Ne, mich auch. Was habt ihr da gemacht? Die Sauer rennt weg. Die Sauer rennt echt weg. Guck's dir an. Dark Hellslayer 12. Ich mich auch. Da legst'n du. Komm, hol das Lasse. In dem Haus. Hallo. Zurück, zurück. Nein, schnell. Schnell. Hi, wie geht's dir? Schnell. Was soll ich machen? Ich spiel' den Cowboy und den hier. Verschönt deine Muni. Los! Das ist viel. Ah ja. Der Tag X wird kommen, da willst du auch nochmal aufgehoben werden bei mir. Ich hab mich doch raufgehoben. Du kannst mir nix ankreiden. Du kannst mir nix ankreiden. Ne, 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 ne. Verschissen. Du kannst mir nix ankreiden. You get. Bleiben keiner Psychopath. Kleinen sind die Schlimmsten. Die kann man nicht, also, nicht treffen. Oh, da hast du einen Großen. Viel Spaß mit dem. Wo? Er rennt Eiskalt an mir vorbei. Ach, er rennt an Tom vorbei und geht voll zu mir. Das ist echt verfassbar. Die Großen kann man genauso schwer treffen, Alter. Ja, die bewegen sich nur. Ja, die Psychopathen laufen immer so hin und her. Den kann ich nur auf die Brust schießen. Den kann ich keinen Headshots verpassen. Ach, der hat mich schon jetzt getroffen. Ach, da hinten der an dem MG. Übrigens siehst du den? Da hinten sitzt einer an dem Großen. Dösen MG. Ach, siehst doch nicht. Alter, fummeln nicht im Inventar. Warum hielst du mir aus? Was, was, was? Ach, du bist tot. Und nicht direkt vor mich setzen. Das MG trifft siehst du. Toll. Tja, das kommt doch im Endeffekt mit der Mängelspielsträger. Wo bist du überhaupt? Der ist tot. Komm mit. Ah, okay. Ne, das ist, wenn man da unten alles wegkriegt. Ich hab den gewonnen, Alter. Ja. Ich hole mal ein Lasso raus. Ui, ui, ui. Aber es kann sein, dass es schon eine gewisse Latenz gibt hier. Weil der Schuss kommt immer nach meinem... Ja, natürlich gibt's eine gewisse Latenz, weil ich den Surveyor haste. Wenn du... Wenn du... Dann musst du deine Ports frei gehen. Das ist kein Problem. Das kann ich gerne machen. Dann mach das. Dann mach das. Dann mach das. Scheiße. Fang an. Hopp. Beim nächsten Speicherpunkt. Also nach diesem... Nach diesem Ding hier. Mach mal dann eine kleine Pause und dann weiß ich. Boah. Lol. Toll. Du hast uns nicht anzuspucken. Wo ist denn der Große? Oder habt ihr den... Alter, komm runter. Jetzt geht's aber ab hier. Kann nicht angehen. Ich bin hier wie kleine... Ich bin hier wie kleine Mädchen. Bei mir sollte ich's gut�� bekommen. Hm, wir touchen mal einen Kalalala... Ich denke mal... Ich sprügele ihn jetzt von dem Teil da oben runter. So sieht's aus. JAUCHUCH DOS CLUMP JUNGKE! Tieman! Alloo! Tieman! Down. Ich hab einen Schläger getötet, der irgendwo in der Ecke stand. Ist voll drauf, Jungs. Oh, blau, blau. Hey damit. Blau. Kannst dich einsammeln. Das Blau. Mach nur so'n wieder so'n Dings. Unnötig. Braucht keine Frau. I want a blöde Sniper. Vielleicht gibt's für mich erstmal ne schöne Schotti. Jaja, du kriegst immer was und ich nicht. So kennen wir's ja. Richtig so. Vielleicht ein Verdien, Dings. Ich durchsuche einfach mal alles. Die Leute wollen keine Kampfsinn, die Leute wollen sehen, wie ich die Schränke durchsuche. Stimmst du, Leute? Genau. Wo du dann Geld einsammelst und Medi-Ampullen und noch so wichtiges Zeug, was voll gebraucht wird. Da liegen zwei geile Snipers hier drin und du sagst mir nix. Bescheid. Obwohl, ich hab's ja nicht mal aufgemacht. Wobei, ich nehm alles zurück. Die Snipers... Mist. Beide Mist. Bewegst du dich zu, Zunke? Äh, gleich. Nachdem ich hier alles nach Mundi durchsuche. Irgendeiner ballert hier durch die Gegend. Da war ich schon seit fünf Minuten. Aua. So, weiter. Hör auf zu brüllen, Mann! Nein, Mann! Meine Aggression müssen raus! Da krabbelt ein Psychopath aus ner Tonne raus! Was zur Hölle! Dann krieg ich hier nicht tot! Hörn die Scheiße! Nubalter! Hast du dich down bekommen? Ah, nein! Schwerste Masse hatte Fakt, vielleicht macht das immer ja noch mehr. Spaß! Ich mach bitte, bitte! Schockslack, ah, ist hier fackt! Sind wir nicht grad von hier gekommen? Müssen wir nicht hier lang? Ne, wir müssen hier unten lang, wo ich lang glaube. Oh, ja, tatsächlich. Hallo! Guten Tag, wir sind mit dem Skype-Test-Service verbunden. So. Über den Pügel. Oh. Der hat aber nen riesen Schwert. Das wollte ich auch grad sagen. Aber er hatte ja nicht mal nen Schwert in der Hand. Das war ne Axt oder Keule, oder? Blöder Soldat, jetzt mach, geh hoch! Oh. Wow, 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 dynamit, dynamit, dynamit! Komm schon! Wieso hat das grad kurz gedeckt hier? Meinst du nur. Bei mir lag nix. Alles gut. Mir lag auch nix. Der bildet sich das künstlich ein, dass irgendwas laget, weil er es dann als Ausrede nehmen kann, warum er nicht trifft. Jaja, wir machen danach hier mal nen eigenen Server auf von mir. Nach der Runde. Das ist meinst du. Das ist, das ist schon mal unser eigener Server. Ich weiß, was wir haben jetzt sagen. Ja, unser, aber nicht meiner. Ach so, dass Spiele bei Steam laufen? Nein. Okay. Original, aus dem Laden. Ja. Ich stütz dich, Junge. Ich brauch dich echt, alter Junge. Aus richtig Geschäft. Mann, brenne! Ja. Wow, was war denn das jetzt? Ein Fass war hinter mir. Dummheit war das. Ich hab was eingeprügelt und manchmal fliege ich weg. Aber das verdammte Fass hinter mir. Lass hier oben lang gehen, da können wir die Mobs umgehen, weil die echt nerven. Oh, die Headshot. Stimmt, stimmt, stimmt. Man kann ja hier drüber lang sein. Alter, du musst den Lasso rausholen. Ja. Herzhaft jetzt. Pack den Lasso aus. Kannst du dann aufhängen. Lasso! Kann man da drinnen dann wieder Muni kaufen? Jupp. Der geht ja zum Slash. Zum ersten Riecht gegen Bose. Kannst du das ja vielleicht nicht reizen, wenn der andere dich verletzt? Ich hab eine Medikiste von... Kiste! Wenn ich deren Köpfen mal öfters treffen würde, dann würde ich die ganzen kleinen Viecher ohne Problem bohren. Du musst einfach keinen Aim haben. Die meiste Zeit ist ja... Also ich schieße auch gut und gerne mal daneben, aber meistens... Ohne Witz! Immer nur grün! Oder irgendwelche andere Karte. Außer die Bosse. Ich fühle mich langsam ziemlich an, wenn du bist. Wir sind ja von... durch Apex verwirrt. Ey! Du Trexler! Geh nicht drunter, sonst killt ich das. Ja, ich geh nicht drunter. Wir sind ja Apex verwirrt, aus Heroes. Die irgendwie gar nicht mehr heroisch sind. Boah, auf jeden Fall. Ziemlich plus einfach. Hörst du auf? Das muss ich mal ein Lasso rausholen. Nein, nicht ein Lasso. Das will hier niemand. Bloß nicht ein Lasso. Alter. Komm mal los. Oh, der erste Plasmod ist drinnen. Oh, für Hand, ach ja, für Soldier. Soldat, ey, boah. Echt? Ja, für Soldier. Daumen runter. Wuuuh. Was zur Hölle, wie geil ist das denn? Wenn ich du wäre, Rico, würde ich mir noch ein paar Mediampolen kaufen. Ich will nen Class-Mod. Wie viel kostet der? Kauf dir den denn, da darfst du ganz eh nichts mit anfangen. Der nicht, das ist mir klar. Wir könnten im Prinzip auf unsere Maincharts umloggen und damit rumscheißen jetzt aber du weißt warum, gell? Der nicht rein, nicht rein, hör auf. Bis du wartest du auf den, Junge. Wie viel kostet denn der Class-Mod? Sag einfach mal. Das ist unterschiedlich. Das kommt drauf an. Ja, desto höher wir werden vom Level, dass wir mehr Geld kriegen würden, desto teurer wird. Junge, kommst du rein, guckst du hier ist wann. Ich weiß gerade nicht, ob ich den mit, ähm, mit, äh, wie heißt's, ähm, 30k kaufen könnte. Jetzt geht's ab hier, Party-Time. Ja, da wird's ja. Ja, da wird's ja. Ja, da wird's ja. Swing dein Ding. Yeah. Bam. Und in genau diesem Moment können wir den theoretischen Pahalers verteilen. Irgendwie sieht die Zähne aufgemalt aus. Ich halte nicht meine... Hey, zieht den Magro bitte. Nö. Ab. Boah, lol. Oh, geh ich ab, man. Geh ich ab, so eine GPS-Maschine. Da ist ja so ein Partner und so. Es ist gar nicht so einfach zu ziehen, wir hatten alles schon. Geh den gar nicht mehr, wo ist der dann? Der ist ja wohl gedacht, der kommt schon raus. Es wackelt alles in uns her. Nee, da kann ich nix früher. Du hast den fast tot geprügelt, oder? Ich seh nicht mehr. Ach da. Ich würde den gern mal kritisch treffen und sagen, komm. Ich prüge den hier fast solo. Nee, ach, ach, quatsch, das kann ich alles nicht. Da, die Sniper ist mir, Finger weg. Kleine Sniper. Gotti, her damit. Lol. Das ist meine. Ich hab sie gehandelt, ja. Das ist legitim meine. Tötet mal die Gegner hier, dann geb ich sie mir. Ist das auch noch erpressen will? Ja? Wenn du die Gegner nicht töten, dann geb ich euch nicht den Shotgun, ja. So. Da ist sie. Erstmal im Müll wegschmeißen und in den Scherzfall. Ich loote jetzt. Rico, hör damit. Du wüsstest sicher gern, was das ist. Ne, hieß ich. Ja, ein Schuss-Artefakt. Gibt's irgendwo noch ne Waffenküste? Du noch. Was du in Händen hältst. Ne, ich glaub nicht. Oh, Mann. Wir brauchen vier Artefakte. Und dann haben wir, dann haben wir alle, dann können wir den Endboss, glaube ich, machen. Der Endboss ist dann in diesem komischen Raum wahrscheinlich. Der ist in der Kamera. Nein. Nein, das war halt zu lügen, ohne auf zu spoilern. Ne, das ist ja nix spoilern. Hallo, andere Richtung. Nein. Jetzt hieß irgendwas von wegen, da gibt's ne Kamera und so was. Nein, das ist gelogen. Hier gibt's nur Muni, ey. Wie dumm ist das denn? Also, ich seh jetzt irgendwie die Büchse von Pandora halt etwas anderes an. Ja, da hieß es immer irgendwas von der Kamera. Ja, ne, ich mein aber die Kamera ist was anderes für mich. Die Büchse von Pandora. Die labert doch gerade. Die labert gerade irgendwas von der Kamera, die Tante. Ja, die Kamera und die Büchse der Pandora oder allgemein ist für mich was anderes. Nicht, was die Alte da meint. Ah. Du verstehst so. Mann, der ist echt so schwer vom Begriff manchmal. Die Jungs ist echt schon ein bisschen langsam. Ich bin nicht langsam. Ich bin nur, ich bin nur, hab ne besondere Bedürfnisse. Kann es sein, dass man da hinten raus springen konnte? So. Bei euch, weil dann bin ich... Bist du so dumm, Junge. Du bist doch ein bisschen dumm. Wir haben das schon viermal gemacht. Und wir sagen, ich bin schwer vom Begriff. Ey, viermal jetzt schon gemacht oder dreimal. Ja, springen wir sonst immer da hinten raus. Dann bin ich grad zurücklaufen. Sonst bin ich immer da hinten raus gelaufen. Ah, da raus gesprungen. Ich hab jetzt noch einen Fall zurück. Wie geht's jetzt? Tu mir einen Gefallen. Hör auf zu lügen. Schlagt euch, Mann. Schlagt euch. Tragt euch. Tragt aus wie richtige Männer. Komm her, Mann. Ich mach dich platt, Mann. Mach ich kaputt. Kommt der Mulle, Mann. Komm schon. Komm schon. Ich rein auf meinem Porno Muli weg. Wenn du weißt, was Muli ist. Ist ja. Ja. Wahrscheinlich nicht, ne. Ne, Muli, das ist so ein Eselding. So der Art. Kennst du nicht? Ah, nein. Kennst du echt nicht Muli? Nein. Gibt's irgendwo Muli für Sniper, mal verdammt nochmal, ey? Oh, ich fahr halt ohne dich. Raus da rein. Hey! Shep Sanders hat neue Quest für uns in Arab Badlands. Hilfe! Wartet! Na komm! Da komm! Hey! Du bist besser. Ja, gleich hörst du mich. Ja, gleich hörst du mich. Halt so auf. Er weint gleich, Mann. Lass ihn einsteigen. Ja. Steig in mich ein. Du bist rein. Du bist einfach eingestiegen, Mann. Tief drinnen, Luke 2. Da hast du ein gutes Stückchen. Komm, denk ich mal auch, oder? Oh nein. Hey. Ich bin ja immerhin der SM-Held mit der schwarzen Ledermaske. Neue Quest, Schnitzeljagd. Ey, die haben wir doch schon. Die ist das gar nicht so unklaß. Die ist bei Level 15, trivial, machen wir nicht mehr. Das ist zu low. Hallo, Doktor Nett. Oh, Klassmord. Da hast du schon den ersten Klassmord, siehst du? Oh. Wo? Für mich? Guck in die Tasche. Ich muss auch steigen, glaube ich. Also ich muss das auf jeden Fall. 5,24 Team, maximale Gesundheit. Ey, ich buch eure HP. Ich bin lebenskünstler, Klassmord. Team- Ich hab... Was für ein Abfuck. Team-Gesundheit-Regeneration. Und flinke Händeskill. Plus eins. Und flinke Händeskill. Hehehe. Hehehe. Ähm. Das Spiel gibt die Vollladen. Ich kann nicht. Hier gibt es einen Sniper. Den kennt er. Super, ich hab ne höhere Nachlade geschrieben. Was für ein Schatz. Hier gibt es einen Sniper, die macht nur 26 Damage und mal drei Explosionsschirmen. Her damit. Die hol ich mir. Kaus zu dir. Jo. Erstmal Mini erweitern. Ich kann immer noch nicht erweitern. Ja ne, wir kommen jetzt in neue Gebiete. Da kannst es dann. Jo, das ist dann später Epic-Erweiterungen und in den DLCs gespielt oder sogar Legendary-Erweiterungen noch. Ich komm schon beim zweiten Mal durchs Spiel. Okay. Oh, die sind übel. 70% Schaden plus 5 Magazingröße. Ach, du kannst irgendwie neun Granaten tragen oder so nen Scheiß, wenn das Upgrade kaufst. Amo oder Einlassung. Ich weiß nicht, ob ich mir die schon kaufen soll. Dark Hellslayer ist Überlebenskünstler, Syroxlord ist Defender und ich bin Centurio. Centurio-Loi. Ich muss mal schauen, ob es da ein anderes Schild gibt. Mach hin, ich fahr sonst ohne dich. Kennt ihr eigentlich den Lorenzo von Matterhorn? Kennst du den Roche? Den Roche? Ja, Roche. Ja, Roche. Mach habe ich. Ja... Warum nicht? Ja, okay, ich kauf's ihm dann. Kennst du den Roche? Wie balloons sind деле? Ja, schade mal. Mario, war malnaj. Mach selber. Congrats. Ich gehe noch. Für Level 13 was für den Milan came up. K Nous quemht yükselig mit der Seklu. Grrr, aber egal. Scheiß mit der 13er Waffe. Wie glaub ich bin dein Waffe. bankrupt, wie ich From tonight machines sandwich 말씀. uniformци. Mach concepts to class fahren Die 그래 ... Die fodriere des weapon phallenswert. Stylers. kommt die trägt bei der ist bei Minusgraden und wenn es nacht ist rennt er mit seiner Brille rum. Ich bin so cool, ich bin Horatio. Ich brauche meine Brille. Ohne kann ich nicht leben. Schieb mich vor dir her. Los. Boah, schieb mich dreckig zu Stück. Ach, durch den Mobben. Schieb mich. Schieb mich jetzt. Komm, hol dein Loso raus. Ach scheiße, ich stecke. Verdammte Scheiße. Ich habe perfekte Aussicht auf deinen Ausschnitt, Junge. Das turn ich doch an. Ah, das ist wunderschön. Nein. Bye-bye. Wie er noch extra ausschert. Ausschere. Wie ich wusste, dass das kommt. Wie es einfach wusste. Ausschere. Ausschere. Du ja, du ja. Obwohl, Flo, du fährst jetzt gerade eh zum Porto, gell? Nö. Okay. Nein, nein, ich will aufs Auto einsteigen. Nein, nein. Dahl Headland. Lecken, ich hab kein Auto mehr. Sind wir im Dahl Headland. Jetzt bin ich aber richtig angefressen. Darf ich laufen. Wer ist schuld? Genau. Du, selbst. Jetzt hier beliebigen Namen einführen. Ah, okay. Da kann jeder seinen Hass gegen die Person ablassen. Na dann. Warum lernt er so lange? Das macht's normalerweise nur mit irgendjemand Disconnected. Mir lädt's auch noch. Ich geh davon aus, dass Rico ein Disconnect hat. Ich geh sehr stark davon aus, dass er ein Disconnect hat. Ich denke mal, dass er ein Disconnect hat. Hm, ich glaub, der hat ein Disconnect. Jo, er hat ein Disconnect. Ja, das könnte sein. Hi. Da ist er weg. Ja, so, da ist er weg. Und wir sehen uns gleich. Tschö.